Hi! Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Pinterest bin und auch, dass sehr viele Ideen in meinen Videos auch und daher kommen. Und in letzter Zeit habe ich sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Ja, probiert doch mal Hacks aus oder sowas oder such mal Hacks und probiert sie live mit uns aus. Und ein paar von euch haben mir auch ein paar Hacks geschickt, die ich unbedingt ausprobieren sollte. Und genau deswegen mache ich das heute mal. Ich habe mir jetzt fünf Stücke rausgesucht, die alle sehr unterschiedlich sind und die teilweise ein bisschen seltsam klingen und ein bisschen... Ja, ihr werdet es einfach sehen. Für Hack Nummer eins werde ich erstmal meinen Arm frei machen. Und zwar soll man nämlich herausfinden können, wie man selber aus dem Mund riecht, indem man an seinem Handgelenk leckt und das Ganze trocknen lässt. Es klingt sehr seltsam und ich werde das jetzt tun. Und ich finde es sehr seltsam, dass ich das vor der Kamera tue, aber gut, wir wollen es ausprobieren. Wenn das funktioniert, ist das natürlich ein besserer Test, als wenn man irgendwie so in seine Hände atmet. Weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber das funktioniert nicht irgendwie, finde ich. Und ja, okay, also das werde ich jetzt mal tun. Okay, also ich lasse es jetzt erstmal trocknen und dann werde ich gleich mal dran riechen, dass es wirklich so seltsam ist. Okay, es ist jetzt trocken, würde ich sagen, und ich rieche jetzt mal dran. Hm, also ich würde sagen, das stimmt, weil ich habe mir vorhin, vielleicht vor einer halben Stunde, die Zähne geputzt. Und ja, es riecht noch so ein bisschen nach Zahnpasta. Und wenn ich selber so in meine Hände atme und es rieche, dann rieche ich die Zahnpasta nicht mehr so. Deswegen, ja, ich muss sagen, ich glaube, der Hack ist cool. Und wenn man mal eine ruhige Minute hat, kann man das gerne mal machen. Vielleicht in der Öffentlichkeit würde ich jetzt nicht unbedingt meinem Handgelenk lecken, aber ansonsten, cooler Hack! Für Hack Nummer 2 habe ich mal kurz meine Strickjacke ausgezogen. Und zwar geht es da um einen Deo-Ersatz. Da soll man nämlich den Hand-Cellenthalter, den man so hat, verwenden können. Und ich habe jetzt hier einen von Bath & Body Works. Es ist aber eigentlich sehr egal. Und zwar bestehen alle Hand-Cellenthalter, also Desinfektionsmittel, aus einem großen Teil Alkohol. Und das als Deo, ja, jetzt frage ich mich natürlich, wie schmerzhaft das werden soll. Aber ich werde es für euch mal ausprobieren und nehme einfach jetzt mal ein bisschen was so auf meine Hand und werde mir das dann mal unter die Arme geben. Oh mein Gott! Das brennt richtig krass. Also, ja. Okay, es lässt relativ schnell wieder nach. Auf dem ersten Blick, beziehungsweise am Anfang, brennt es schon ziemlich krass. Oh, es fühlt sich auch an, es wird rot werden. Oh, es ist auch direkt hier rot. Ich weiß nicht, ob man das... Ja, man kann es, glaube ich, auch direkt erklären, es ist voll rot geworden. Das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass dieser Hack absolut nichts ist. Also, ich habe das in vielen amerikanischen Videos gesehen. Und Leute, lasst es einfach. Hat man vielleicht nicht ganz so frisch rasierte Achseln, dann geht das vielleicht. Allerdings halte ich das auch nicht für super gut. Also, das muss schon wirklich die allerletzte Notlösung sein. Nein, ansonsten tut es einfach nur weh, wird rot und nein. Also, ich gebe dem Hack einfach mal einen Daumen runter. Den dritten Hack finde ich sehr, sehr hilfreich, wenn das wirklich so funktioniert. Und zwar geht es darum, dass wenn man auf einem Blatt Papier etwas schreibt und das Ganze wieder unkenntlich machen will, dann streicht man es ja meistens durch oder kritzelt irgendwelche Linien drüber. Und meistens kann man es dann irgendwie trotzdem noch lesen. Aber man zeigt halt, okay, das gehört nicht mehr dazu. Gerade zum Beispiel aufsitzen oder so. Aber wenn man zum Beispiel mal was schreiben will und man will absolut nicht, dass man das noch erkennen kann, dann soll man immer die geschriebenen Buchstaben einfach andere Buchstaben drüber schreiben. Und dann ist es wohl schwieriger, überhaupt noch zu erkennen, was da mal stand. Und genau das werde ich jetzt ausprobieren. Ich schreibe jetzt einfach mal irgendwas hier aufs Blatt Papier. Und das muss ich sagen, funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr viel besser. Ich werde jetzt als Vergleich nochmal das Gleiche schreiben und dann einfach das Ganze nochmal durchstreichen. Ich schreibe übrigens nicht immer so hässlich. Und wenn ich jetzt einfach nur Linien drüber male oder es einfach versuche zu übermalen, dann muss man wirklich sagen, man kann es eigentlich immer noch lesen. Es sei denn, man kritzelt wirklich super lange drüber. Und ja, das funktioniert super gut. Also richtig cooler Hack. Also falls ihr das mal irgendwie in Klassenarbeit machen wollt oder wann auch immer ihr sowas gebrauchen könnt, sehr cooler Hack. Und der bekommt von mir gleich zwei Daumen hoch. Hack Nummer vier bezieht sich auf das Konturieren. Und das macht man normalerweise ja im Gesicht. Da kann man ja eigentlich was alles konturieren, ob jetzt Wangen, Nase, alles Mögliche. Und ich habe einen Hack gefunden, beziehungsweise gesehen, dass man auch noch sein Schlüsselbein hervorheben kann und auch das konturieren kann. Und genau das werde ich jetzt mal ausprobieren. Und zwar werde ich jetzt mal erst so ein bisschen frei machen hier. Und hier seht ihr schon mein Schlüsselbein. Also bei mir ist es allgemein so, dass das schon so ein bisschen rausguckt. Das liegt nicht daran, dass ich super dünn bin, sondern einfach nur, das ist glaube ich einfach kinetisch bedingt. Und ich habe jetzt hier von NYX diesen Wonder Stick. Der darf auf der einen Seite so ein Highlighter und auf der anderen Seite ein Bronzer. Und genau das werde ich jetzt mal auftragen. Und mal gucken, wenn ich das verblende, ob das dann irgendwie besser aussieht. Das Ganze geht hier wohl noch so ein bisschen hoch. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das sieht glaube ich gleich sehr lustig aus. Das kommt auf die Knochen an sich, dass man den eben highlightet. Auf der anderen Seite auch. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Sehr lustig. Und das werde ich jetzt mal verblenden. Okay. Oh, oh, seht ihr das? Obwohl es relativ... Oh, krass. Es sieht wirklich sehr hervorgehoben aus. Okay, ich bin gerade jetzt schon sehr überrascht. Ich finde, man sieht es extrem. Man sieht, dass es total hervorgehoben ist. Es sieht anders aus. Es ist jetzt die Frage, ob man darauf Lust hat und ob man cool findet, wenn das noch so ein bisschen mehr hervorsteht. Gerade, wenn ich mich da noch ein bisschen so nach vorne lehne, da sieht man es wirklich extrem. Und ja, also ich glaube, dass man gerade bei so schulterfreien Kleidern oder so das wirklich sehr gut machen kann. Und wenn man das ein bisschen übt, dann kann es, glaube ich, eigentlich cool aussehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so Profi drin bin. Aber ja, es sieht, finde ich eigentlich ganz cool aus. Und der Hack bekommt auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Für Hack Nummer 5 werde ich mich jetzt mal so umdrehen. Und zwar geht es um meinen Zopf. Den soll man nämlich so ein bisschen pushen können, so ein bisschen höher machen können, indem man zwei Bobbypins nimmt und die vertikal in den Zopf oben steckt. Und das werde ich jetzt mal tun. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen. Auf jeden Fall bin ich jetzt sehr gespannt. Man soll erst mal den Zopf so noch über Kopf legen und dann bei dem Zopf irgendwie das praktisch so einfach nur reinstecken. Und dann hat man angeblich einen gepushteren Zopf. Und oh ja, ich finde, man sieht es direkt. Ihr seht, dass der viel höher ist und der eigentlich auch viel mehr Volumen hier hinten hat. Und ja, ich habe mal kurz irgendwie erkennen. Auf jeden Fall fühle ich schon, dass es ein extremer Unterschied ist. Ja, den Hack finde ich richtig cool, weil der Zopf auch viel breiter aussieht. Und der gefällt mir wirklich sehr gut. Also kann ich empfehlen, könnt ihr unbedingt mal ausprobieren. Das waren jetzt alle fünf Hacks. Und ich hoffe sehr, dass euch das mal gefallen hat, dass ich das einfach mal so live vor der Kamera getestet habe. Und ich glaube, mir gefällt der letzte Hack irgendwie am besten. Beziehungsweise das mit dem Konturieren. Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so am besten findet. Obwohl ich das mit dem Papier eigentlich auch sehr cool finde, muss ich sagen. Aber ja, also ich würde sagen, sagt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr weitere solche Videos sehen wollt. Dann teste ich gerne noch weitere verrückte, coole, interessante Hacks mit euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!